Mit vornehmer Herzlichkeit begrüße ich Sie zum zweiten Akt unserer schalkhaften Pinsellecker Odyssee. Bevor wir uns tiefer in die geheimnisvollen Schatten begeben, sei Ihnen empfohlen, sich zu erinnern, Eure Antworten für das erhabene Weihnachtsrätsel an kultcurse.gmail.com zu senden und somit die Gelegenheit wahrzunehmen, fantastische Preise zu erlangen. Im zarten Licht des Copperdoms, wo die Farben sich zu einem verführerischen Tanz auf der Leinwand vereinen und die Pinsel in einem lebendigen Rhythmus darüber tanzen, heiße ich Euch abermals herzlich willkommen. Hier, in den Hallen der Kreativität, seid Ihr nicht bloße Beobachter, sondern die Hauptakteure in einer zauberhaften Inszenierung. Mit dem Einzug der festlichen Zeit entfaltet sich im schalkhaften Schatten ein neues Kapitel, das Eure Neugier wecken und Eure Sinne bezaubern wird. Erhebt Eure Erwartungen für das, was sich in den nächsten Zeilen entfalten wird. Guten Abend, meine Damen und Herren! Verweilt in der Vorfreude, während Eure Reise durch die verschlungenen Pfade sich fortsetzt. Könnt Ihr das Rätsel um den geheimnisvollen Bann, den unsere geschickten Pinselläcker gewoben haben, entschlüsseln? Möge Euer Abenteuer Euch zu den verborgenen Ecken des Koppardoms führen, wo Schätze an kreativen Geheimnissen darauf warten, von Euch entdeckt zu werden. Und nun Kapitel 2 Die Magie der komplementären Farbe Gestern durchschritten unsere tapferen Helden das Portal der verlorenen Zivilisation, einem Ort vergessener Weisheit und alter Magie. Ihr Pfad führt sie durch die schattigen Gassen, in denen die Magie der Farbe ihre Spuren hinterlassen hatte. Ein Netzwerk von Verschwörungen und Loyalitäten, das die Fäden der Geschichte gelandt, miteinander verweht. Habt Ihr die feinen Andeutungen erkannt, die in den Schatten der vier Königreiche warten? Doch seid wachsam, denn im Dschungel des Unbekannten warten weitere Prüfungen. Hinter jedem Schatten verbirgt sich ein neues Kapitel dieser faszinierenden Welt. Lauscht den Schritten unserer Helden, spürt die Magie, die durch den Koppardom fließt und lasst Eure Vorstellungskraft durch die Pfade der Geschichte wandeln. Edle Zuschauer, seid Ihr bereit, Euch den Rätseln dieser verborgenen Metropole zu stellen? In Euren Gedanken mag das schelmische Juwel glänzen, bereit von Euch entdeckt zu werden. Was sind Eure Vermutungen? Lasst Eure Kreativität in den Schatten tanzen und vielleicht werdet Ihr Teil dieser Geschichte. Das schelmische Juwel dieses Kapitels wartet darauf, von Euch entdeckt zu werden. Das war Kapitel 2. Guten Abend.